Willkommen auf meinem GIMP Kanal zu einer weiteren Episode. Mein Name ist Michael. In diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man aus diesem blassen Cockpit eines MGs hier in dem Fall so viel herausholen kann, dass leuchtende Farben entstehen, dass ordentliche Schärfung vorliegt und dass auch dementsprechend entrauscht werden kann. Wie gesagt, dazu habe ich hier diese Vorlage gerichtet. Die findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung des Videos. Was mir wichtig ist noch, ich schließe gleich, bevor ich anfange, eine Frage an meine Abonnenten. Ist es euch recht oder möchtet ihr haben, dass ich auch GIMP 2.8 Tutorials mache? Wenn ihr der Meinung seid, das wäre gut, wenn ich das machen würde, dann schreibt mir das doch bitte in einem Kommentar oder teilt es mir wie auch immer mit. Das würde mich sehr freuen, weil wenn ihr der Meinung seid, ich sollte das tun, dann werde ich beides tun, also auch GIMP 2.8 Tutorials mit hier auf den Kanal nehmen. Okay, also wir duplizieren hier die Ebene einmal und gehen jetzt hin und werden erst einmal den LAB-Farbraum hier verstärken. Das heißt, wir gehen auf Farben, Komponenten, Zerlegen und hier nehmen wir LAB und bestätigen mit OK. So, nun wurde dieses Bild in drei Kanäle zerlegt, einmal den Luminanzkanal und die Farbkanäle A und B. Wir werden jetzt hier die Farbkanäle A und B verbessern, verstärken, die Farben verstärken. Dazu gehen wir auf Farben, Kurven und wir haben hier bei Kurven, man sieht es hier in der Mitte, eine Anzeige und dementsprechend werden wir uns auch verhalten. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, nehmen in dem unteren Bereich unsere Linie und ziehen sie hier hin und in dem oberen Bereich auch so. Dann haben wir hier diese Diagonale. Die werden wir uns jetzt abspeichern, weil die brauchen wir ja öfter mal. Deshalb gehen wir hier hin und jetzt müssen wir schauen. So, und das schreiben wir einfach hier hin. LAB Sättigung. Ja, und bestätigen mit OK. So, das haben wir jetzt gemacht, jetzt müssen wir hier nur noch mit OK bestätigen. Jetzt haben wir den ersten Farbkanal verbessert und verstärkt. Nun schalten wir den B-Kanal zu, gehen wieder auf Farben, Kurven und jetzt können wir uns hier oben über das Menü eben unsere voreingestellte Kurve für den LAB Farbraum zu sättigen, aufrufen und mit OK bestätigen. Nun werden wir das wieder zusammenfügen, also ich markiere jetzt hier mal die obere Ebene, das ist aber nicht notwendig. Hier auf Farben, Komponenten, wieder zusammenfügen. So, das war nun der erste Schritt, das werden wir jetzt hier schließen, das brauchen wir nicht mehr. So, und man sieht hier deutlich die Verbesserung, hier dieses flache, blasse Cockpit und hier über die Sättigung des LAB Farbraums haben wir hier ordentlich Farbe hineingebracht. Ich werde jetzt hier die untere Ebene einmal duplizieren und schalte die untere Ebene aus und werde aber das ein bisschen zurücknehmen, weil wir das einfach zu viel ist. Ich gehe mal hier auf 50% in etwa und ich finde bei 50% sieht das schon ganz ordentlich aus. Rechte Maustaste auf die obere Ebene nach unten vereinen. Im nächsten Schritt rufen wir G-Mig auf und werden hier bei Colors uns das erstmal groß machen hier und gehen mal hier auf Boost Chromaticy. Und jetzt werden wir hier die Chromazität des Kanals noch verbessern, dazu gehen wir hin und ich würde sagen, nehmen wir mal einen Wert hier von 0.25 und bestätigen mit OK. So, nun gehen wir hin, rufen nochmal G-Mig auf und gehen hier mal auf Color Temperatur oder Farbtemperatur und gehen mal hier auf Automatisch und lassen uns das mal automatisch einstellen und bestätigen mit OK. So, nun wären wir ja soweit eigentlich ganz gut beisammen. Hier sieht man, ist ein gewisses Rauschen eingetreten, hier auch. Aber darum kümmern wir uns später. Jetzt einmal, äh, erst einmal werden wir dieses Cockpit hier schärfen. Dazu nehmen wir unser Lasso-Tool und schauen, dass wir hier Auto-Auswahl hinzufügen markieren. Und nun ziehen wir uns hier mit unserem Lasso-Tool erst einmal Bereiche, die wir schärfen wollen. Die am Lenkrad so vorbei, nicht? Wem es so langweilig wird, der mache den, nehme den Schieber von dem YouTube-Player und stelle ihn nach vorne, ja, weiter nach vorne. Na, warum geht das nicht zusammen? So, dann hier den nächsten Bereich auswählen. Ja, das muss also nicht so wahnsinnig genau sein, sollte aber schon einigermaßen sein. Hier gehen wir wieder zum Lenkrad. Hier die einzelnen Noppen oder Griff, wie man das nennt, wo man das Lenkrad besser greifen kann. Das nehme ich jetzt nicht separat heraus. Das ist mir einfach zu viel Arbeit. Und, ähm, gehen wir hier entlang. Na so. Hier entlang. Und werden uns jetzt hier einfach weitere Auswahlen ziehen. Ähm, ich sag da gleich noch was dazu. Wichtig wäre auch theoretisch, dass man hier zwischen den, zwischen den Speichen, das auch dazu nimmt, ja. Ja, also machen wir das mal, ja. Läuft hier auf 32 Bit, gleich wird es relativ langsam hier. Aber, das seid ihr ja schon gewohnt. Wenn ich dann GIM 2.8 Tutorials machen sollte, dann sind wir ja hier immer wieder bei 8 Bit, dann läuft das natürlich auch wesentlich schneller. So, nun haben wir hier noch das nächste, das wir rausnehmen. und eine Schärfung, also eine Schärfung zuführen wollen. Gehen wir so ein bisschen hier hin. Wie gesagt, es muss nicht so wahnsinnig genau sein. Ein bisschen schon. Soll ja einigermaßen aussehen später. Ja, so. Jetzt hätten wir das gemacht. Jetzt machen wir hier das gleiche. Gehen also hier herein. Die Speichen. Und gehen hier herunter. Zack. Und auch hier entlang. Man sieht, jetzt habe ich es nicht so ganz genau gemacht. Ist aber im Grunde genommen kein Problem. Zack. Und jetzt haben wir hier noch das, was wir weiter schärfen wollen. Nehmen wir auch hier herum. Weil ich möchte, wie gesagt, nur das Cockpit schärfen und sonst nichts. Erst einmal. So. Jetzt haben wir noch hier diesen Bereich. Da schließe ich hier diese Lampe aus. Dieses Licht von der Schärfung schließe ich aus. Gehen wir mal noch hier hin. Gehen hier herum. und fahren hier wieder herein. Jetzt haben wir gleich die Bereiche ausgewählt, die wir schärfen wollen. Und das ging ja doch dann relativ schnell und unkompliziert. So. Jetzt haben wir das Cockpit ausgewählt. Nun gehen wir auf G-Mig. Suchen uns hier Details. und nehmen zum Schärfen hier den Oktav Sharpening. Das sieht man jetzt nicht, wenn wir hier draufklicken, weil G-Mig das nicht anzeigt. Aber wir sehen es gleich, wenn wir mit OK bestätigt haben. Und ihr seht, wie die Schärfung hier drin in diesem Cockpit durch das Lenkrad hindurch geschehen ist. Ich mache das nochmal rückgängig. Ja. Original. Und jetzt hier mit der Schärfung. Auswahl. Nichts. So. Nun haben wir ja schon einiges geschafft hier. Ursprüngliches Foto und hier mit LAB-Sättigung und mit der Schärfung des Cockpits. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen hier ein bisschen entrauschen. Das heißt, jetzt haben wir ja noch unser Lasso-Tool. Jetzt ziehen wir uns einfach hier mal in dem Bereich eine Auswahl. Hier um das Lenkrad herum. So, einmal die Geschichte hier. Hier da drin, das brauchen wir nicht. Aber hier unten vielleicht. Deswegen nehme ich dir hier das nochmal dazu. Auch wieder ganz grob. weil, wie gesagt, erstes Mal läuft mir die Zeit davon und zweitens ist das jetzt nicht hier ganz so extrem wichtig, aber wenn man das natürlich macht, dann sollte man sich ein paar Stunden vielleicht Zeit lassen, um das genauer hinzukriegen. Nun rufen wir Filter, verbessern, Entrauschen oder Neues Reduction, wie es jetzt auf Deutsch hier bei Gimp heißt, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal hier hin, vielleicht noch einen höheren Wert nehmen und bestätige mit OK. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus jetzt. Jetzt werden wir hier Auswahl, wo sind wir denn? Auswahl, nichts. Und nun werden wir hier oben in dem Bereich auch noch ein bisschen Entrauschen. Nehmen wir also nochmal unser Lasso-Tool. Und gehen hier, das ist jetzt hier nichts geworden. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Machen das ein bisschen schöner. Nicht, dass das so heißt, der schusselt da rum. Hätte er besser machen können. Klar, man kann es immer besser machen und ihr macht es auch hoffentlich besser als ich. Das ist ja auch mit einem Grund, warum ich das hier mache, dass ihr das besser macht als ich. Ja. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. So, jetzt sind wir gleich hier soweit. Dann ziehen wir noch hier herum. Auch wieder um diese Lampe oder um den Schwanenhals nennt man das ja wohl. Da hat der Rechenknecht schon einiges zu tun hier. Wenn man diese Auswahl nimmt hier, man sieht es, wie der hinterher schleift. So, und dann haben wir hier noch ein bisschen, das nehmen wir jetzt auch noch dazu. Und dann sehen wir auch schon so weit, dass wir die Geschichte hier ausgewählt haben. Gehen wir noch mal auf Filter, verbessern und dann wieder hier diese Noise Reduction und hier gehe ich auch mal auf 5 und bestätige mit OK. Auswahl, nichts. So, jetzt machen wir noch eins. Wir werden jetzt hier eine Vignettierung ziehen. Jetzt könnten wir das auswählen auch wieder. Vielleicht mache ich das sogar. Aber nee, wir gehen einfach hin und gehen auf G-Mig und gehen hier auf, machen das mal zu, Details zu und gehen hier auf Frames und suchen uns hier Vignette. Und jetzt können wir hier den minimalen Radius so einstellen, dass man hier in dem Bereich, hier im Fußbereich das hier auch noch ein bisschen mehr abgedunkelt bekommen hat. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt werden wir zum Schluss vielleicht noch einmal probieren, den Luminanzkanal zu schärfen und schauen uns mal an, wie das aussieht. Dazu gehen wir auf Farben, Komponenten, Zerlegen, nehmen uns hier noch einmal den LAP-Kanal oder die LAP-Kanäle und nun schärfen wir den Luminanzkanal. Wir gehen hier hin, markieren den oberen Kanal hier, den Luminanzkanal, rufen Filter, verbessern, unscharf maskieren auf und jetzt schaue ich mal, wie sich das hier entwickelt. Man sieht, es wird also noch schärfer, an sich schärfer, kommt es noch ein bisschen besser heraus, wenn man den Helligkeitskanal, den Luminanzkanal, den Leuchtkraftkanal schärft und ich bestätige mit OK und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Farben, wo sind wir, Komponenten zusammenfügen und jetzt brauchen wir das nicht mehr, schließen das und ich würde sagen, das sieht ganz gut aus so. Ursprüngliches Foto und hier nach der Bearbeitung. Okay, ich hoffe, ich konnte mit meinem Tutorial ein wenig helfen, wenn es euch Freude gemacht hat. Wie gesagt, schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch für die Neuen, die hierher gekommen sind. Lasst mir doch einfach ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und wie gesagt, beantwortet mir bitte die Frage, soll ich auch GIM 2.8 Tutorials machen? Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.